Pra-Ruang Zauberwort Der Herr des Wasserzolls von Lavo hieß einst mal Kong-Krau. Seine Aufgabe war es, im Weihsee der Pfeile Wasser zu schöpfen und dieses Wasser alle drei Jahre als Tribut in das Land Kampucha zu entsenden. Zu jener Zeit erhob sich Lavo gegen Kampucha. Kong-Krau hatte einen Sohn. Er war ein Knabe von elf Jahren. Ruang genannt. Der Knabe besaß die magische Kraft der Tugend. Sein Wort war zaubermächtig. Was er voraussagte, traf ein. Was er wünschte, ging in Erfüllung. Einmal gab es mehr Wasser als für die Jahreszeit gewöhnlich. Die Wellen überspülten die Stadt und die Straßen von Lavo wurden von der Flut verhüllt. Ruang spielte in einem kleinen Boot und der Strom des Wassers trieb ihn fort. Da sprach er zum Wasser und rief, Wasser, Wasser, warum fließt du so reißend fort? Bitte, fließ doch zurück nach Norden. Da wendete sich der Strom und floss wieder nach Norden hinauf und Ruang fand zu seinem Hause zurück. Nun wusste der Knabe, dass er die Kraft des Zauberrede besaß. Er schwieg jedoch still und sagte es niemandem außer seinem Vater. Als Ruang groß geworden war und ein Jüngling von 18 Jahren starb Kong Khao, sein Vater. Die Gefolgsleute waren sich einig. Ruang sollte anstelle seines Vaters ihr Herr sein, denn sie bewunderten alle die Verstandsgeben des Königlings. Als die Zeit gekommen war, dass dem Brauch gemäß der Wassertribut errichtet werden musste, da schickte der Herr von Kampucha seine Herolde mit 50 Ochsenkarren und 1000 Soldaten, um das Wasser holen zu lassen. Als sie ankamen, war Ruang nicht daheim. Die Herolde ließen ihn herbeiholen, damit er sie gebührend empfange. Ruang kam, sah die schweren Holzfässer, die sie mitgebracht hatten, und sprach, Was wollt ihr denn mit diesen Fässern? Schon leer sind sie doch viel zu schwer. Ihr solltet Bambusspäne nehmen und Daruskörbe flechten. Die sind leichter, und so könnt ihr mehr Wasser hineintun. Die Herolde wunderten sich und riefen, Bambuskörbe? Wie könnte man sie mit Wasser füllen? Ruang entgegnete schlicht, Versucht's. Da glaubten ihm die Herolde und befahlen ihren Soldaten, Wasserkörbe zu flechten. 25 jemand. Die gaben sie Ruang und ließen ihn schöpfen. Und das Wunder gelang. Die Körbe hielten dicht. Als die Herolde das sahen, ließen sie alles stehen und liegen und flohen davon, so sehr fürchteten sie die Zaubermacht von Ruang. Vor dem Herrn des Reiches Kampucha warfen sie sich zu Boden und berichteten ihm, was sie gesehen. Der König erschrak und sprach. Ein Wesen voll höchster Verdienstes auf Erden erschien. Wir müssen es ergreifen und töten. Wenn nicht, dann wird es uns, den Königsschirmen, schwinden. So befahl der König, die Heere kampfbereit zu machen. Ausziehen sollten sie, um Ruang zu besiegen und zu ergreifen. Ruang hörte davon und fürchtete sich sehr. Wenn er die Gehorsamspflicht von Korm gegenüber verletzte, würde der Bevölkerung daraus große Not entstehen. Denn Labo war für einen Krieg nicht gerüstet. Also entschloss er sich, nach der Stadt Pijit zu entfliehen. Dort bat er, im Bezirk des Tempels bleiben zu dürfen. Die Bürger der Stadt brachten ihm Reis und einen Fisch, zwischen aufgespaltenen Bamboostöcken geklemmt. Als Ruang den Fisch verspeist hatte, nahm er die Gräten und warf sie ins Wasser. Er betete, dass der Fisch wieder lebendig würde und davon schommen können möge. Seither nennt man diesen Fisch den Grätenfisch. Ruang fürchtete, dass er in Pijit nicht sicher vor Gefahr sein würde und floh weiter hinauf nach Sukkotai. Dort trat er den Mönchsorden ein und man nannte ihn fortan den ehrwürdigen Pra Ruang. Die Kom erfuhren natürlich von der Flucht und folgten ihm nach, um ihn zu suchen und zu fangen. Bald waren sie in Savankowalok. Sie fragten den Bürger aus, erhielten aber keine andere Antwort, als dass Ruang sich nach Sukkotai gewendet hätte, um dort Mönch zu werden. Weiter ging die Verfolgungsjagd. Schließlich erreichten die Kom Sukkotai. Sie betraten den Tempelbezirk just in dem Augenblick, als Ruang damit beschäftigt war, den Tempelgrund zu fegen. Weil sie Pra Ruang nicht kannten, wendeten sie sich ausgerechnet an ihn und befragten, wo befindet sich der ehrwürdige Pra Ruang? Natürlich wusste Pra Ruang sofort, dass dies seine Klomverfolger sein mussten und sprach, wartet hier, ich werde ihm Bescheid geben. Durch diese List gelang es ihm, sich in Sicherheit zu bringen und sich vor seinem Feinden unsichtbar zu machen. Die Kom aber warteten an der Stelle, wo Ruang sie verlassen hatte, und sie warteten, bis sie zu Stein geworden waren. So groß war die Zaubermacht von Pra Ruang. Als später der Herr der Stadt Sukkotai gestorben war und keinen Sohn hinterließ, der die Sippe hätte fortführen können, da erinnerten sich die Bürger, wie groß die Verdienste von Pra Ruang waren. Sie erkannten seine Klugheit und die Macht seiner Zauberworte und luden ihn ein, sich über Sukkotai zu erheben, um die Stadt fortan zu beherrschen. So wurde Pra Ruang berühmt, dass man ihn bis heute von ihm spricht.